Hallo und herzlich willkommen zur 19. und vielleicht auch wahrscheinlich letzten Folge von Manic Mansion. Und ich wollte hier was lustiges zeigen. Wendy steht gerade auf der Leiter, das ist nicht genau. Wenn Sie es nicht richtig tun können, ich wünsche Ihnen einen guten Tag. Ich will anständig belästigt werden. Ich bin eine Frau, die das verdient. Ich habe dafür Steuern bezahlt. Oh, ein ungebetener Besuch. Jetzt gehst du einfach die Leiter hoch. Das geht doch gar nicht. Kann man da gar nicht mehr hoch? Doch, kann man. Ihr habt gesehen, die geht die Leiter hoch und trotzdem passiert das nicht. So, also das wollte ich noch sehen. Ich habe von der Szene, glaube ich, gesprochen in einem der Parts. Jetzt habt ihr es auch gesehen. Ich fand das ganz lustig. Ich dachte mir, habt ein bisschen Freude dran. So, und jetzt kommt extra für euch. Ihr habt es euch gewünscht. Ich kenne ja eine Zuschauerin, da war ich ganz stolz drauf, die Dave total toll findet. Gut, ich weiß, die restlichen Zuschauer lachen jetzt. Aber für dich, und nur für dich, Hase, kommt jetzt Schizodeeve. Herzlich willkommen zur nächsten Folge. Und nachdem ihr ja kurz die gute alte Edna gesehen habt, kriegt ihr das, was ihr haben wollt. Ihr wolltet wissen, was passiert, wenn wir böse Sachen machen. Dann machen wir jetzt auch böse Sachen. Wir bringen sie alle um. Diese kleinen Kinder, die langsam zugrunde gehen. Wie in einem Slasher-Film. Hahaha. Sei dein Spiel zu spielen, Mr. Tapp. So. In der Zeit, wo jetzt hier gleich wieder der Cutscene-Marathon losgeht. Und ich werde jetzt einfach mal, aber jetzt, wo die so ein bisschen lustig sind, werde ich die gleich wieder mitbetonen. So, wir gehen jetzt alle in die Poolparty. Ich hoffe, ich habe das auch richtig gemacht. Dass ich die Vorbereitung richtig gemacht habe. Sonst nicht, könnt ihr gleich die Themen total über mich lachen. Nicht schon wieder. Wie werde ich je die Welt beherrschen? Ich, Dr. Fred Edison. Wenn stets solche Sachen, solche Dinge passieren. Mein Erzähler kann ja nicht lesen. Vollidiot. Ich wechsel den. Der Dr. Stilgestanden. Hier bin ich. Wir haben wieder ein Problem. Jo, Sir. Ich gehe wieder in den Keller. Obwohl da sowieso kein Kind ist. Mein Gott. Ich kenne die Serie doch auch. Aber eines Tages werde ich die Welt beherrschen. Du hast trotzdem keine arme Schnauze. So. Ab in den Pool. Ich nehme niemanden an. Das wäre sinnvoll, Wendy. Wendy. Man merkt, du kennst dich nicht nur mit Ponys aus. Auch mit Pools. Ach, wie schön. Und du drückst jetzt nicht den Knopf, weil dann wäre der Gag nicht so lustig. So. Einmal packen wir Wendy in den Pool. Jetzt packen wir Bernhard in den Pool. Und eure schmutzigen Gedanken können ja in den Kommentaren... Wieso wird es jetzt schwarz? Ach, kommt nicht jetzt... Jetzt kommt Popotentakel, ne? Es ist niemand im Keller. Ich weiß es. Ich habe da keinen hingestellt. Oder ist er wieder? Putsch, 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 putsch. Hm. Hm. Es ist niemand hier. Das liegt daran, dass da auch niemand isst. Ich möchte einfach nur mal sagen, nein. Wenn ihr meinetwegen auch Fans von Kalamaris seid. Oder von Tintenfischen allgemein. Gleich gibt es lecker Tintenfisch. So, wir machen jetzt das folgendes. Ihr seht ja, die beiden sind jetzt im Pool. Und was macht man bei einer Poolparty? Man lässt das Wasser rein. Und Dave wird es genießen. Denn Dave ist ein Genießer. Ha, 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 ha. Moment, die Platte hat einen Sprung. So, wir gucken jetzt noch mal kurz, was mit unseren Lieblingsprotagonisten passiert. Kluck, 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 kluck. Ja, sagt nur einer Gluck. Naja gut, haben sie nur eine Sprechrolle verteilt heute mal. Mein Gott. Und auch die mussten damals sparen. Wir hatten ja damals kaum Pixel. Damals. Es war düster. Wir hatten ja nichts. Außer dieses Spiel. Wie nur ein Grabstein. Da fehlt aber einer. Oder müssen die sich jetzt ein Grab teilen? Das interessiert mich jetzt. Das sind aber ganz große Ersparnisse hier. Oder stirbt der nächste jetzt gleich auch nochmal? Tatsächlich. Tatsächlich. Nochmal Gluck, Gluck, Gluck. Riesig. Also das wusste ich auch nicht mehr, dass die dann hintereinander sterben. Ihr könnt natürlich, das kann man sich vorstellen, natürlich nicht drei Kinder im Pool versenken. Mein Prinzip schon, nur nicht hier im Spiel. Tja, da ist der zweite Grabstein. Und bevor einer fragt, hey, da passt ja noch einer hin. Ihr habt das Prinzip verstanden. Jetzt ist Dave dran. Dave. Hat er eine schlechte Kindheit gehabt? Glaub ich. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Vielleicht kann er mal mit Brit darüber sprechen. Oder so. Oder mit diesen anderen Sendungen, wie, weiß ich nicht, Schwiegertochter gesucht. Oder wie der ganze Rotz auch heißt. Wenn man diese ganzen Sendungen sieht, desto weniger weiß man, warum man eigentlich Fernsehen guckt. Ihr habt eigentlich nur diese dämlichen 95-fachen Talkshows, die alle gleich sind. Zu Themen, die wir auch schon 20 Mal gehört haben. Wie Gesundheit, Rente, Strom, Ressourcen. Dann gerne mal natürlich über Politiker. Aktuell, wo ich das hier aufnehme, kann ich ja mal sagen, läuft die neue Präsidentenwahl. Ja, Herr Wulf, Sie haben das Let's Play nicht überlebt. Tut mir leid, Bettina. Ich habe alles für ihn getan. Aber er musste ja in einem Land leben, wo man Geschenke annehmen kann. Selbst schuld. Dann wisst ihr auch ungefähr, wo ich hier gerade diese Folge aufnehme. Da haben sie natürlich auch Leute aufgeregt. Das hat ja nichts mit Wahl zu tun. Das ist ja alles vorher bestimmt. Wir könnten, glaube ich, eine ganze Abhandlung über Politik allgemein machen. Es gab mal ein Game. Das habe ich mir auch mal vor, dass ich das rauskrame. Ich müsste das auch mal als Original gehabt haben. Ich weiß noch nicht, ob ich es noch mal habe. Weil meine C64-Sammlung doch so über die Jahre schon, ich will nicht sagen gelitten hat, aber doch schon nicht mehr so ganz opulent ist, wie sie mal früher war. Es gab mal ein Game von Hurra Deutschland. Wer also Spitting Image, glaube ich, war der englische Titel, kannte, dann hatten wir in Deutschland auch so eine Version mit Politikerpuppen und die sich da auch parodiert haben. Und ich glaube, zu Hurra Deutschland gab es auch ein Spiel. Und das ist so, glaube ich, das, was Politik heute, glaube ich, eigentlich auszeichnet. Das trifft es eigentlich recht gut. So, Dave ist gleich da. Und Dave macht gleich böse Sachen mit dem Vertrag. Denn erst hatte Pupo-Tentakel seinen Auftritt und jetzt hat Grün-Tentakel seinen Auftritt. Ja, da seid ihr gespannt, nicht? Seid ihr doch. Seid ihr doch! Ich weiß, es haben schon Leute gesagt, mach unbedingt mit, Doktor. Ich will sehen, wie du spastest. Ja. Ihr wollt mich gar nicht als verrückten Wissenschaftler erleben, glaubt es mir. Das ist nicht weit weg von meinem natürlichen Naturell. Wenn die kleinen Gedärme zu einem neuen Körper geschaffen werden. Wenn ich zeige, was die Natur... Ich schweife ab. So, er kriegt jetzt den Vertrag. Wir wissen ja, Grün-Tentakel mag keine Fremdverträge. Das ist, glaube ich, genau das gleiche wie das Problem von Dieter Bohlen. Der mag auch keine Stars. Kleiner dummer Gag. Vielleicht habt ihr das auch mitgekriegt, irgendwie, dass irgendwelche Szenen doppelt und dreifach neu gedreht wurden, weil er sich irgendwie mit irgendwelchen Leuten nicht verstanden hat. So viel zum Thema, dass das keine Reality-Soap ist, ne? Naja, gut. Aber selbst bei Heidi wurde ja festgestellt, dass es eine Reality-Soap ist. Das haben wir nie gewusst. Danke. So, dann... Freu dich mal! Ein Vertrag für den bösen Meteor! Genau. Du bist auf seiner Seite! Diese Todesszene wurde Ihnen präsentiert von... Sucht euch einfach die Biermarke, die Automarke eures Vertrauens aus. So, das ist der dritte Grabstein. Damit einer der Meinung ist, ja, man kann sie alle töten. Man kann das tun. Es macht nicht viel Sinn. Und jetzt dürfen wir Seite 1 einlegen. Weil Seite 2 hat ja keine Stars mehr. Mal gucken, was Dr. Fred Edison sagt. Na, da gibt's doch noch eine Katzi. Ich wollte doch wohl sagen. Mal gucken, wie es jetzt Sandy geht. Ich meine, nicht, dass mich das interessiert, ne? Euch auch nicht, wie ich in den Kommentaren weiß. So. Ja, das ist das Bad, 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 Bad Ending. Und nun kriegt ihr das Ending, was ihr auch noch haben wollt. Nämlich das Meteor-Talkshow-Ending. Wir sehen uns gleich. Willkommen zum, ja, ich sag's mal einfach letzten Ende. Ich mach, bevor ich das jetzt beende, eben kurz, ich mach noch einen Abschluss-Gag. Das kann ich schon mal wegnehmen für die Folge. Also wird's nur eine Folge mehr werden. Ihr könnt dann entscheiden, ob ihr Folge 20 als Speedrun haben wollt für den NES. Dann können wir das eben noch mit dem Meteor und der Pflanze zeigen. Allerdings mach ich das nicht im Anschluss. Das heißt, ihr könnt einfach mal vorschlagen, wie die NES-Version laufen soll. Ob ich das als Special machen soll, als eigenständige Folge. Das ist jetzt sozusagen eure Chance. Da könnt ihr jetzt mal ein bisschen editieren. Ich mach das nicht im Anschluss. Das heißt, wenn wir danach fertig sind, dann kriegt ihr auch noch ein bisschen was vom letzten Ninja dann in den nächsten Folgen. Und ich werde auch, das weiß ich jetzt schon, wo ich das ja aufnehme, auch noch eine Änderung auf dem Kanal haben. Die wird auch sehr freudig aufgenommen, denn ich weiß, der eine oder andere will das sehen. Und der eine oder andere kriegt das auch. So. Dann legen wir mal los. Wir gehen jetzt bevor, wenn die ins Geheimlabor geht. Wechseln wir erstmal die Seite. Und müssen natürlich mit Onkel Bernhard die Meteor-Polizei rufen. Weil, wenn wir die nicht rufen, dann kommt die auch nicht. So, komm, Freunde. So, wir lesen wieder das Plakat. Gesucht. Oder extra für euch. Gesucht wegen grauenhafter Gewalttaten. Ein mörderischer, schleimiger Meteor. Rufen sie an. 3, 4, 1, 2. 3, 4, 1, 2. 3, 4, 1, 2. 3, 4, 1, 2. Für die Meteor-Polizei. 3, 4, 1. Ja. Ich glaube, ihr wisst, wo ich hinaus will. So. Wir schalten das Funkgerät an. Und benutzen das Funkgerät. Das hat fast was wie ein Adventure. 1, 5. So. Es wird editiert. Es wird justiert. Bernhard ruft Galaxie. Bernhard ruft Galaxie. Da-da-da. Da-da-da-da. Dies sind die Abenteuer der Meteor-Polizei. Sternzeit 3451. Habe ich jetzt den falschen genommen? Nicht doof gehabt? So. War doch richtig, oder nicht? Oder war das falsch? Kann ich sagen, dass ich total dumm bin? Ja, bin ich. Wisst ihr was? Dann mache ich folgendes. Dann machen wir es auch genau rund. Dann machen wir das in Folge 20. Und in Folge 20 beenden wir das dann. Und dann mache ich in Folge 20 nochmal den Bonus-Gag, den ich vorhabe. Und dann haben wir Manic Mansion auch hinterher. Und so haben wir es einmal rund. Dann haben wir auch 20 Folgen durch. Und ich hoffe, ihr versteht das für diesen kleinen, lustigen Cut. Und dann machen wir gleich nochmal einmal durch. Dann passt das auch ungefähr. Das wird dann wahrscheinlich auch nochmal so 10, 12 Minuten. Dann haben wir es auch genau durch. Wenn es euch gefallen hat, abonnieren, kommentieren, bewerten. Ihr kennt das Spiel. Und am nächsten Mal das große Finale. Ich hätte jetzt gerne hier mal Orkoster-Musik im Hintergrund. Aber das liegt vielleicht daran, dass ich kein Orchester im Hintergrund habe. Ihr könnt euch bewerben. So, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann macht Bernhard auch die richtige Nummer. Und dann geht es zur Sache. Bis gleich.